Item Hits Because Third of Singular Alter Einfach Nein Hier steht das Esmus mit Knibbelfest Worüber reden wir? Was ist das Thema dieser Aufnahme Lorenz? Erzähl mal Frutweiber Kennst du eine, kennst du alle Warum wird mein Pipi manchmal hart? Mann, kannst du das schon wieder vergessen, das Ding Ich bin ein bisschen überbelichtet, muss ich sagen Ich muss mich ein bisschen weniger hell machen Wie mach ich das? Wie geht denn das? Ich bin nicht der hellste, wa? Ich bin der hellste gerade, das ist das Problem Nächste? Wie ich einst gepflegte, zu sagen Mein Penis ist vielleicht nicht der längste, aber dafür ist er schmal Ja, genau Bester Moment der Kindheit für mich jedenfalls Mein Ego hat es ganz schön geboostet, muss ich sagen Das war auf jeden Fall ein Versprecher des Jahres So, Zyra, der Zyra wird es Wir gehen links vorbei, ich mach Speed up Oh, der hat natürlich Black Shield, das ist natürlich einwandfrei Okay, ich werde jetzt halt gerade gemacht Warum haben wir den, Alter, wir haben auch richtig kassiert Ich hab kassiert, Alter Oh, perfekt Oh, ist er da drin? Komm, 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 ich hab noch Barrier Hey, danke Oriana Du bist der Oriana Ich brauch den Millionär Du kleiner Benner, Alter Ich finde Zyra fühlt sich extrem seltsam Zyra spielt sich auch so ein bisschen clunky, finde ich immer Das dauert immer, bis die Fähigkeiten rauskommen Also, so ein Champion ist er letztlich nicht mainen wollen würde Einen Idiot machen sowas Wäre so ein Champion mainen, wirklich Das kannst du ja keinem erzählen Oh nein, die Barbecue-Frau kommt auf mich zu Oh Gott Die was? Die Barbecue-Frau Warum Barbecue-Frau? Diese Leona hier Hat die diesen Grillskin oder was? Die Wurstchen auf den Spieß Kommt mit dem Würstchen auf mich zu, ey Ja, sowas kann ich doch nicht Das darfst du doch nicht machen Ne, ich hab's halt dadurch, dass du's abkriegst Das war Zielführend Ja, der Shako spielt immer Spectator Shako Was'n das? Hä, was wollen wir denn, der jetzt? Hallo? Ist er da? Mach der Shako, ey, der Kaffee holen kurz Ah Egal, das war meine B Ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch Das ist mein Flash Das war mein Flash Pupp Ohohoh, der ist es, der Typ Voll Ja Das fällt mir noch rein Ne Boah Können wir die noch schnell Feuer? Ja, gut so ja okay los habe ich habe ich habe ich gesagt habe ich eine 30er schack uns ja wirklich auf kader in dem busch glaube ich das haben wir noch xp ein schön fragt mich ob riots algorithmus des als afk erkennt oder nicht weiß ich auch nicht im beispiel der ap schock um ich euch kein freund von bin jetzt haben sie entdeckt er wurde jetzt aufgeflogen das war ja spaßig oder rechtsklick dann macht ihr hat ja 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 der graves ne läuft gar nicht mal so gut war ich weiß der kriegt wunderschöne schockweg so schön das ist ein highlight jetzt kommt rein hat der video hat der bruno sich freuen er macht jetzt schon los pflanzen macht weiter der tanks gewinne arams ich glaube es wird dem schock hat man nicht viel gerissen wir haben also ein spieler mehr ist manchmal auch gar nicht so schlecht ich habe noch nie gespielt wenn ich drücke dann machst du eine fähigkeit die nächste fähigkeit ich mache ist verstärkt genau du musst mal gucken du kannst irgendwie nur drei tower haben glaube ich und dann musst du auch in der nähe bleiben ist das du nicht zu entscheiden darf man mal gar nicht aber ich den baugeniemen jungen oder was erstmal forschungsgelder beantragen so meiner ich will ja nicht sagen aber ich spiel nie mehr was anderes ich hoffe doch jawohl passt hier ist nicht gut also ich stöpfe nicht doch ja alter hell was soll das denn jetzt sollen die faxen denn was mit lustig hier kannst du die schon ja sie die boxen noch getroffen sie nimmt es die rückkant die rückkant ich muss mal die dicke kuh anmachen die dicke kuh er muss noch eine kuh an das bett große spieler also ich glaube jetzt er ist der schock und ist der schock von dem letzten spiel die stoff sind sie kommt dran also die ist dramatikalisch falsch das darf man gar nicht sagen so die denn und wenn ich einschreibe lauf ich erst mal rein ah man hehehe item hits because tired of singular alter hehehe 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 einfach mein hehehe hehehe das es muss mit das es muss mit ja aber nicht bei dit davor großer großer es ist ja so geil dass der jetzt auch noch dachte er hat recht lol als wenn der das schreibt ich dachte er schreibt jetzt get cancer oder so hehehe hehehe echt so i hope you die in a fire alter wirklich dann gab es mal bei lol von wegen ok my bad den hab ich noch nie erlebt in acht jahren lol das ist ein netter der wird direkt in eheh der prin der 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 Dann krieg ich noch ein Lachsmail. Irgendwann stimmt er nicht. Es ist langer ein Riot Game Mitarbeiter. Kein echter Spieler. Thank you for teaching me. Hä? Ja. Bitte? Warte mal. Bist du dir bereit, Leute? Ich bin da. Wir können... Oh, hi. Mann, ey. Heistdorf. Rechtsklicken. Danke. Ja, Step Rinder, komm. Oh, wie schön. Alter, ist der E-Bills. Warte, ich muss kurz NCS-Bugel raussuchen. Ja, endlich. Warte. Warte. Jetzt langsam. One too many times. Na, you see. Müsstens selber machen, wenn du es nicht schnell genug raussuchst. Ich hab's jetzt. Es läuft an. Ich sing mit, dann musst du einsteigen, ja? Dann bist du auch tot, ja? Fuck. Kriegen wir auch nen Copyright Claim, du? Moment, keinen. Okay. Flüsternst du schonmal? You kept rolling snake eyes. Tschüssi. Ich weiß nicht, ob ihr da ohne mich fighten sollt. Hehehe. Hehehe. Ich bin ein Hypercarry so außen vor zu lassen hier. Es läuft, es läuft. Es läuft, es läuft. Du, 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 too, too many times. Ich bin einfach komplett am Brennen, Alter. War ja gar nichts. Ich bin's verkackt. Das ist ganz witzig, weil ich die Mucken der Drop kamen, gerade als du da direkt bist an den Brenneffekt. Ich bin's nicht. Seid ihr bereit, Leute? Zweitens mal frage ich nicht. Oh. Wen hat geholdet? Ich werde auch Zugriff machen. Ich hab's auch grade schon gemacht, quasi. Muk is wieder am Start. He'storf, 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 los. He'storf. Komm, wenn man steht und out attack ihn. Dann kennst du es wenigstens keinen. Ace, oder? Jawoll. Ja, one too many times und so. Mach jetzt wieder alleine hier, das ist sehr anstrengend. Ernst, fühlt man halt jetzt auch nicht so, weil wir das nicht gehört haben. Also, ich kann auch kurz mal hier... Ich überleg gerade, welche Songs sind so richtig bekannt von NCS? Ich glaub, dieses Land. Wie heißt denn das? Er kennt die Land. Du 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 du. Kennt ihr das, ja? Nee, da will ich doch nicht rein. Ich mach halt sonst, bis auf meine Volt weh, mach ich halt keinen Schaden. Ich bin, ich bleib einfach stehen! Ich glaub das war's jetzt, ne? Ja. Ich bin doch noch da. Jetzt kommt der Drop wieder, während ich tot bin und alle weg sind. Ich komm jetzt mal los. Ich stehe einfach und auto-tag den Jungen. Wie ist er wohl zu jetzt noch? Komm, alter. Wie ist er auf deine Musik läuft? Ja, das ist die Einmann frei, der Junge hült sich mir, jetzt ist Schaden hoch. Bollte mal die Wave, sonst haben wir keine Chance. Perfekt! Bamm für die Kills, Junge! Ach, schade, ne? Bollte mal die Wave, dann zündet der Essen und kommt dann auf Ali auf. Ja, dann kannst du dann dann nächstens noch bitten? Ach, jetzt nimm mich nicht von der Seite voll hier. Ehrlich. Ich will dir sagen, aber dass wir verloren haben, ist deine Schuld. Ja, ne? Better 10 wins, ne? Ja, das kriegt von mir Echo. Echo. So, noch schnell die Abmoderation. Haben wir noch was? Ah ja, genau. Geld verdirbt den Charakter. Doch Armut allein macht auch nicht schlau. Denkt drüber nach, Leute. Also, nochищavy b venues, outsizarbar. Das lässt sich unterscheiden. Bis gleich in perfekt. Macht Hermitable. Der колlegaor.